Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hast du noch Jungfrau? Ich nehme Pflicht. Du musst mit Harden rummachen. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Die ist doch ganz süß. Große Frage. Wer ist Harden Scott? Ich glaube, es ist besser, wenn wir etwas Abstand halten. Das ist mein absoluter Lieblingsort. Ich dachte, wir wollten nur Freunde sein. Ich glaube nicht, dass wir nur Freunde sein können. Ich muss immer an dich denken. Du bist umwerfend. Nichts kann jemals ändern, was ich für dich empfinde. Sei vorsichtig. Was ist passiert? Es geht um Harden. Irgendwas läuft hier. Aber nicht, was du denkst. Du machst deinen großen Fehler. Er wird dir das Herz brechen. Wovon träumst du gerade? 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 Vielen Dank.